Die silberne Serie von Montal hat viele frische Düfte. Ob es ein Intense-Tiarré mit Kokosnuss ist oder ein salziger Duft namens Sandflower mit Jodsalz, ganz klar, gibt es auch noch den Soleil de Capri. Unser Bestseller, die Sonne von Capri. Das ist der Italien-Spaziergang. Das ist ein Wohlfühl-Urlaubsduft. Soleil de Capri riecht nach Orange, Zitrone und Basilikum. Sie sollten ihn unbedingt probieren. Viele wünschen sich ja frische Düfte, doch wer wünscht sich ein mediterranen Duft? Alle lieben Soleil de Capri.